Servus, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Geschnetzel 3. Ich meine Resistance 3. Ja, ich nehme auf, gut. Okay! Ähm, mach eine... Bloß die Gebotsfahrt. Es wird Ärger geben. Es wird Ärger geben. Was? Hier, Freddy. Ich hab Typen in der Leid... Überall Eis. Sehr dick. Es wächst um diese Röhrendinger. Eisbekleben, keine Wirkung. Nächstes Mal Waffen mitbringen! Aber die Sprengmutzeln achten... Aber auf die Sprengmutzeln achten ein Schuss und sie gehen hoch wie eine verdammte Dynamitsteine. Au... Au... Wir ein paar Meldungen durchgeben wollen. Na los, Arkansas. Hier ist Renaldo Tani aus Deer Creek, Arkansas. Ich will meiner Familie sagen, dass... Die Bestien haben ihre Strategie geändert. Früher haben sie uns gefangen und in Umwandlungszentren zu Hybriden gemacht. Oder Schlimmerem. Jetzt erledigen sie uns und lassen unsere Leichen verrottern. Wieso diese Änderung? Es ist mir ein Rätsel. Es ist mir gut ge... Ah, mir ist es auch ein Rätsel. ... wurde von Hybriden angegriffen, aber mir geht's gut. Ich komme zurück ins Versteck, sobald es dunkle wird. Ich liebe dich, Schatz. Ich liebe dich auch. Indiana, sie sind auf Sendung. Was ist denn? Ich suche meine Tochter Moni. Sie ist sechs Jahre alt, hat lange dunkle Haare und braune Augen. Moni, wenn du das hier hörst, bitte ruf Mami an und sag, dass es dir gut geht. Ah. Oh! Hallo! Lustig! Macht Spaß! Was zur Hölle? Kiefer! Die Straße ist blockiert. Wir folgen dem Fluss durch diese Mühle. Ich mag keine Käfer. Habe ich unendlich Munition? Ich habe. Gut. Ja, das wird überhaupt nicht gruselig werden. Nein, nicht gruselig, aber... Ich weiß, was ich meine. Ein was? Er muss sich im flachen Wasser verirrt haben. Was zur Hölle? Eine faszinierende Kreatur. Alter! Ist fähig! Hören Sie die Springer nicht beim Fressen? Ach ja? Ich sollte sie nicht stören, ja? Ja? Hier. Warum haben Sie das getan, Joseph? Ich spreche dann auf das Boot! Oh, scheiße. Das war's wert! Das war's wert! Das sind alle! Sie müssen vorsichtig! Wenn die Springer ein Indiz sehen, ist es auf dem Wasser nicht so sicher, wie ich gehofft habe. Hier! Nehmen Sie! Hä? Was nehme ich denn? Hä? Was nehme ich denn? Uh! Schraubflinte! Sie wurde längere Zeit nicht abgefeuert. Testen Sie sie an den Sprengwurzeln dort! Danke! Hä? An was? Tester! Ja, toll! Gut! Die Schraubflinte ist nur im Nahkampf effektiv! Ja, ich weiß! Ich habe Ihr Sekundärfeuer auf Entfernungskontaktgranaten geändert! Versuchen Sie es! Ah, das WTF! Sehr gut! Wenn Sie mehr Munition brauchen, Sie finden Sie in der Kiste auf dem Hauptdeck! Ja, wir haben unendlich Munition im Hauptdeck! Yay! Oh, oh! Oh nein! Ein Goliath! Er kommt vom Südwesten! Wo ist Südwesten? Südwesten von mir oder von dir? Mal sehen, wo das hinführt! Wir müssen dem Goliath aus dem Weg gehen! Wirklich? Wirklich? Aha! Ja? Das ist ein bisschen eng, aber ich denke, ich komme durch! Moment! Ah! Ganz schön kalt hier! Wah, wah, wah! Oh, ich werde der Gegner! Was zur Hölle? Das Wasser ist leicht, aber wir müssen weiter! Was zur Hölle? Oh! 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 Weißt du was? Wir sind im Wasser. Wir sind im Wasser. Wir klettern auf das Boot. Wo? Ah. Hi. Mann, verpiss dich. Ja? Wollt ihr noch mehr? Was? Wo? Geh euch da. Moin. 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 Mann, f*** euch. Was ist das? Ich lade mal nach Hier Muition Das ist zu einfach Muition Die Straße führt zu den Docks Da müsste offenes Wasser sein Wer grimmt auf dem Dach des Deiners? Au Wir sind verletzt, Joseph Gehen Sie in die Kabine Mann, mach dir mich keine Sorge Mach dir mich mal keine Sorge, Alter Das heißt, endlich Wir sind nur eine Sekunde festgesteckt Und dieses ganze Feuergefecht Hat dieser Goliath nicht mitbekommen Mein ja nur Uh Glock Freddy Valmore Nachrichten von Molly Linderman Dem familierter Mädchen aus Terre Haute, Indiana Sie ist Roger Sander aus Prairie Creek, Township Mrs. Linderman, wir haben ihre Tochter, Molly Oh Am Norden des Boyle Gibt es eine Hüte? Was zur Hölle? Das war's wieder, Leute Wie ich immer sage Helft euch gegen Schockdrohnen Anscheinend greifen sie eine Gruppe Springer Diese Springer scheinen wild zu leben Unabhängig vom Schwarm Wirklich sonderbar Dieses Phänomen muss weiter erforscht werden Halt die Klappe Bis so werden wir langsamer Bis so werden wir langsamer Oh, Junge Wir haben uns gesehen Ow Oh 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 Stinger Moment ja auch Nächster Welt Ganz einfach Okay, was kommt jetzt? Wir haben den Fluss offenbar gefunden Nach meiner Karte sind wir jetzt auf dem Mississippi St. Louis müsste ganz in der Nähe sein Da halten wir und suchen Vorräte Es ist ziemlich schwer, den größten Fluss in den USA nicht zu finden, oder? Aber egal Ähm Ich hasse dich, Alter Ach nö, wirklich? Und beten, dass er uns nicht bemerkt Ich frage mich Hi! Ich frage mich Ich frage mich Ich frage mich Nicht jetzt, nicht jetzt! BAM! Was? Können wir endlich weiter? Weiß schon, jetzt da dieses Riesen-Höllending hinter uns her ist. Ich bist ein Idiot. Und jetzt? Oh, fuck. Wir müssen ihn abhängen. Durchhalten. Oh. Das links. Well done. Ow. Oh, whoa, whoa, whoa. The hell? Ow. Oh. Wisst ihr was? Hier. Ah, ich hab die Falsche. Ich landen. Da piste ich. Nee, ich hab gedacht, ich mach ne Kaffeepause dazwischen. Der Goliath bleibt zurück. Gerade richtig. Das Boot bricht auseinander. Mann, hört auf auf mich zu schießen. Und jetzt habe ich... Oh, das rauskoschen. Ertu gi Martha. Ich hab geredet. Oh, junger. Das war nicht so schlimm. Oh, ja. Okay, jetzt sollte ich aber, ähm, da die jetzt voll aufgeladen ist, sollte ich wechseln, um zu bemaximieren. Abo, Junge. Auf der Gesundheit. Danke. Ah, ja. Großartig. Offenes Wasser. Unser Glück wird jetzt. Jetzt nur mal die Klappe, was unser Glück angeht. Oh, f***t euch. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Brandgarnival, wir müssen weiter. Oh, nein. Na, ganz toll. Ich hasse den alten jetzt schon. Schießt das ab, schießt ihn ab, äh, 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 äh. Danke, Oliot. Sag mir bitte, dass er tot ist. Oh, verdammt, er hat überlebt. Mist. Genau meine Rede. Können Sie gehen? Mir geht's gut. Mir gefällt mein Charakter. Wir müssen sie ins Wahre bringen. Ja, genau die richtige Einstellung zu der ganzen Scheißsache. Genau diese Waszhöhle gibt mich das alles an Einstellung. Gefällt mir gut der Mann. Ja? Rominöses Gebäude? Hä? Wofür haben wir diesen Mod? Der Köl-Turm sieht nach einem sicheren Ort aus. Suchen wir einen Weg nach oben. Schnell. Schnell. Oh. Bist du tot? Tot? Bist du tot? Äh? Äh? Tut mir leid. Ich war kurz abgelenkt. Ich musste gerade Leichen verstümmeln. Oh. Im Übrigen. Geh mal. Flop. Ich brauche Ruhe. Mir geht es nicht. Ja, mir auch nicht. Die Rampe geht von der anderen Seite auf. Los. Ja. Such mir einen Weg hinein. Man fick dich ins Knie, Alter. Oh, toll. Ich lass euch mal in Ruhe. Vielleicht lasst ihr mich dann auch in Ruhe. Obwohl ich es sehr zu betweifeln wage. Oh. 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 Flop. Hallo. Oh. Ich brauche keine Munition. Oh. Plopp. Plopp. Hehehehe. Oh, Junge. Okay, okay. Oh. Oh, das ist nicht gut. Oh. 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 Oh, Junge. Plopp. Ich sag da. Plopp. Ich brauche etwas mehr. Nee. Nee. Ja. Ja. Warte mal. Leck mich am Arsch, Alter. Ich kann ja nicht mehr da machen hören. Ich kann nicht mehr. Ja. Ich kann nicht mehr da machen. Ich kann nicht mehr. Oh, ja. Lass mich doch nicht mehr da laufen. Kann ich mal da laufen müssen. Ja. Ich kann nicht mehr da laufen lassen. Können wir es jetzt machen. Mann! Ja, wer wird noch mal? Wer hat noch nicht? Kommt schon! Ich geh mal drauf Ja? Ich hab ihn gelesen! Ich holen Sie einen Rappler! Wir brauchen noch! Vielleicht so? Häh! Mann, Alter, leck mich! Aufwärts! Was zur Hölle? Ah, Junge. Er ist weg. Wir haben Glück. Glück? Er ist wild. Extrem gefährlich. Wir müssen in dieser Stadt aufpassen. Aha. Sehen Sie mich nicht so an. Ich bin alt. Aha. Charlie! Charlie! Hörst du mich? Wir verlieren Energie! Ich setze ihn beim Pub-Up! Jusik! Ja! Ein Senkrechtstarter. Mit dem fliegen wir nach New York. Wir müssen ihn vor den Bestien finden. Mal ganz stark. Ich brauche Ruhe. Ich bin hier sicher. Los, Joseph. Finden Sie den Sinn. Okay. Ich bin Gleichstand. Find dies! Mach das! Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie? Charlie, hier ist Alice. Wir sind sicher beim Pub gelandet. Die Bestien haben uns umzingelt. Wenn du das hörst, schick Hilfe! Stahlkopf! Erster Stahlkopf! Ich hab ihn! Ah, Gott ist tot.